Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer! Bestimmt wird er mich dann erleuchten und zu seiner rechten Hand machen. Stört, Ungläubiger! Wow, 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 halt mal die Luft an. Er hat gesagt, dass ich einen Menschenopfer haben will. Meister! Was soll der Scheiß hier? Pack das Messer weg. Warum sollte ich wollen, dass du irgendjemanden umbringst? Das ist doch voll gestört. Und was hast du da für ein Kleid an? Und was sollen diese bescheuerten Malereien in deinem Gesicht? Bist du ein Mannlerer oder was? Das ist alles nur deine Schuld. Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Jetzt halt doch mal den Sammel. Ich spreche immer noch für mich selbst. Und der Typ da ist allemal leidiger als du. Du bist aber nur gestört. Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt.